Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir einen Traumpfad und zwar den Elsaburg Panorama. Die Tour hat etwa 12 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie die so sind, dann kommt mit. Musik 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 Hier seht ihr den kleinen Ort Hirschem. Wir laufen hier ganz idyllisch am Waldrand entlang. Musik 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 Noch etwa 2 Kilometer, da sind wir auch schon wieder am Ziel. Die Tour hat uns eigentlich gut gefallen, vor allem auch wegen den beiden Ausblicken in die Eifel. Was wir vermisst haben, waren die schmalen Pfade. Davon war einfach zu wenig. Schade eigentlich. Aber die Tour kann man auf jeden Fall empfehlen. Wir bedanken uns wieder, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, einfach einen Daumen hoch. Und über Kommentare würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Also bis dann. Ciao, ciao. Musik 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 Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauß Wanderlust. Heute gehen wir den Traumpfad Elsaburg Panorama. Er ist etwa 12 Kilometer lang und wenn ihr wissen wollt, wie tief ist, das hast du gewusst. Eigentlich hat das er fett gemacht. Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauß Wanderlust. Heute gehen wir den Traumpfad Elsaburg Panorama. Noch etwa 2 Kilometer, dann haben wir schon wieder das Ziel erreicht. Die Tour hat uns eigentlich sehr gut gefallen. Was aber... Ich habe ihn vermisst. Ja, das wollte ich eigentlich sagen. Noch 2,5 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Ziel. Die Tour hat uns eigentlich... Noch 2,5 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Ziel. Die Tour hat uns gut gefallen. Schöne beide Ausblicke in die Eifel. Was wir vermisst haben, war... Ach, wie geht die Luft? Musik Musik Musik